Sie haben einen Anruf verpasst und fragen sich schon seit Stunden, wer es gewesen sein könnte? Das Paket, auf das Sie schon so lange warten? Oder doch ein Einbrecher, der herausfinden will, ob jemand zu Hause ist? Das Grübeln hat jetzt ein Ende. Mit dem Symphony-Besucher-Protokoll sehen Sie auch im Nachhinein, wer den Anruf getätigt hat. Weil ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, werden Anrufer-Snapshots auch in der Aktivitätsliste angezeigt und können dort mit einem Tippen vergrößert werden. Diese Snapshots sind standardmäßig deaktiviert, ganz nach dem Prinzip Privacy by Default und können für jede Ruftaste in der Türstation manuell aktiviert werden. Und jetzt Tschüss!